Und Willkommen zurück zu Let's Play Franschweine. In der letzten Folge haben wir ja, ähm, was haben wir eigentlich gemacht? Morgen und nächste Mission, was ist denn meine letzte Folge nochmal? Haha, ich weiß jetzt nicht, ob wir alles in der letzten Folge gemacht haben. Denn wir sind unsere Schweine, haben alle sind jetzt alle in einem Rang zugeordnet. Und dann wollen wir jetzt mal starten, Mission starten. Ah, ja, ich glaube, wir waren gegen die Chinesen am Kämpfe, gegen die Japanen am Kämpfe. Und, äh, ja, was war denn das für eine Mission? Keine Ahnung. Aber es geht gegen die Franzosen. Haha, Morgen und ein Stoß, um das Gegner versucht, unseren zappeligen Kameradenfluss aufwärts einzukesseln. Lenken Sie sich mit Ihren Jungs auf die Lauer und geben Sie ihnen was auf den Rösten. Strengheit, Mario Grimmschott. Am Abwurfpunkt gibt es Nachschub. Wäre doch schade, wenn ein Gegner da rein bleibt. Das stimmt allerdings. Ich bin eigentlich schon viel zu spät, warum muss man hier den Mörser noch? Ich bin eigentlich schon viel zu spät, weil ich mich richtig in den Mörser muss ja zumindest ein Mörser drin sein. Auweig, Steuerung. So. Mörser! Das erstes tun wir mal den hier als Waffner. Haben wir da? Pistole, super. Haben wir was anderes? Du Diervergasen. In die Tiefe des Raums. Ach, Scheiß, das hat ganz gut geklappt, wie ich wollte. Naja, egal. Pate. Na, wirst du viel drum machen können, pate. Na, wir müssen uns auch erstmal nicht kümmern, weil der ist eine Gefahr. Ist hier nur ein einfaches Frontschwein. Wie Sie meinen. Wie Sie meinen. Wie Sie meinen. Captain. So. Mal ein bissl ausrichten. So. So. Ich könnte eventuell schon zu weit gewesen sein. Ah, hat doch noch gepasst. Nehmen wir hin. Um den brauchen wir uns auch nicht los zu kümmern. Ist. Widerstand ist zwecklos. Weil der ist dem schnell hinüber, würde ich mal sagen. Mikro ist ein bisschen da. So. Pioniere. Da werden wir das ganz besonderes machen. Der muss den Schätzchen minen. Und du und die. Vor zwei Schweine setzen. Mit dem. In der Hoffnung, dass. Ähm. Die in die Minen einfallen. Ah. Das dürfte nicht ganz gut passen. So. Okay. Da würde ich wohl schon gut passen. Entdeckung. Ha. Der hat aber eben gesessen. Ob wir sehen. Ah. Wie. So. Jetzt kommt der. Mediziner an. So. Dann werde ich mit dem. Mal den. Genau. Den. Schweinepest hat. Bisschen. Angreifen. Wow. Wow. Schön. Fein. Leck. Wir haben auch. Pigat. Ah. Ich bin noch zu weit weg. Wow. Was ist denn los hier? Lauter. Keiner. Lecks. Ich glaube ich gerade. Was ist denn das? Jetzt aber. Es ist nichts persönliches. So. Wenn der jetzt nichts dran ist, ist er tot. Ein weniger. So. Tata. Nicht gut. Dann. Ja. Es muss sein. Dann schießen wir halt zurück. So. Mal überlegen. Wen könnten wir jetzt angreifen? So. Wieso leckt das jetzt? So. Wie viel hat der noch? 35. Fisch. Wenn wir den mal ausbauen hier. Nein! Jetzt jetzt keinem was pushen. Scheiße. Ich hab's versaut. Fuck it. Jetzt hab ich's versaut. Nein. Oh. Der hat gesessen. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Gut, erstmal werden wir uns hier an der Abwuppsstelle bedienen Ich komme nicht mit jedem Schwein, glaube ich, einmal hin, dann kriegen wir was Feines Ja, was, das ist auch was Feines So, wer ist die arme Sau? Das abkriegt hier Oh, wie ist es gerade mächtig am Längen So Perfekt Oh Mann, da ist auch gerade extrem am Längen Was ist denn los hier? Okay, ich warte mal in der nächsten Woche nochmal nachgucken Gern tue ich das nicht Oh, wie schwer zu glauben So, mein Schützearsch So So, um mal schön dazwischen zu setzen Knapp halb muss eigentlich reichen Oder so Auch okay Ich glaube, ich muss So Und so Das schaffst du auch noch Wunderhübsch He Der ist auch hinüber Äh, ja Äh, ja So Den schaut man jetzt mit der TNT aus So, tschüss mein kleiner Dwarret Ah, da hat auch zwei Ha Zwei überlitt der Saft Zack So Erstmal Bisschen heilen Hier Rudi Gehen wir noch zu so anderen Kameraden dahin Werden die auch mal grad heilen Ja Dann ist geplant da vorne Oben Oh Einmal ähm Wo die anderen Typen jetzt sind da Die Granate zu schmeißen Oh So So Granate Granade Na Jetzt hört die Granade aus So Mit Empfehlung an die Witwe Nein, ich hab doch X gedrückt Ehm 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 ATENTION ATENTION So Zauberstamm für die beiden Die Boah Ja, was ist denn das hier? Wir werden mal hier Taschen ausprobieren Ja Vielleicht kriege ich ja die Bazooka Hehehe Wunderbar So, wir werden uns jetzt nach hier für die Schichtelröpfe ziehen Werden Werden Boah, man, was leckt das denn jetzt hier so? Die wird dann nett Und wir werden uns die beiden mal vorknöpfen hier So Und tschüss Eine Abgesoffen Und der ist Anderes auch hinüber Schön Rodi So So Jetzt machen wir den jetzt nochmal Boah Der Schweinehund Ein historischer Sieg werden Okay, komm ich nochmal dahin, oder? Ne Okay So Ihr seid deklassiert Ah, das war zu... Ich kann auch nur was einfach nicht umgehen Schau mal, man muss einfach nicht umgehen Nicht böse sein, Kameraden Wenn du diese Schlacht gewinnst Er macht dich eine Konfetti Parade Ja, aber ich weiß Ja So So Und irgendwie Guckt Da steht nur da steht nur ein Reingebürcht kriege So Elende Landratten die feier ich habe schon noch wenn das mal gut geht so das nicht ne menge liegt an so ich dachte, wie ein roter wird, ah ja, ich schaff noch ich schaff noch die Mina fein, ich dachte, ich schlafe könnte jetzt ein bisschen weh tun, aber mal an der Seite so die auch nicht, ich ist ein Pflicht da hat er nur zwei überlebt, scheiße ach man, ey, war so kurz, war knapp oh, der kann mich aber jetzt nicht stüllen kommt jetzt aus, fertig aus darf ich mal grad sagen ganz wie sie wünschen Buhuhuh buh 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 buedu Quatsch mal ersteschen Vor allen Dingen auch für den Explosys raus in meinen Kameraden weg Ich katsch noch Hehehe Bauer Scherz paar Sekunden Zeit So zum aussetzen Du findest das? Ja Hehehe So können wir auch einen Gegner erledigen Super Ja, dann machen wir was ganz anderes jetzt Abgedacht von dem scheiß Geruchler jetzt Schauf das gibt es jetzt wieder in den nächsten Folgen Und würd sagen Ja, schauen wir mal die nächste Mission haben Mal sehen, was die nächste Mission ist Ah ja, das ist die Mission Und dann erobern wir Kapkeilerkopf Wir erobern Kapkeilerkopf dann Außer schön Ha Fremdschwein vom brillanten Generation war sauer gemacht Krieg war vorbei, ja, Weihnachten ist alles vorbei Kommt mir an mir bekannt vor Hab ich schon mal gehört So, das heißt Wir tun erstmal Befördern Und zwar zum Schaffitzen So Watt haben wir dann hier Fünf Kämpfe vier Äh, vier getötet Fünf Kämpfe zwei getötet Fünf Kämpfe drei getötet Fünf Kämpfe zwei getötet Fünf Kämpfe drei getötet Ja, nicht schlecht Nächstes Insel springen Der Kämpfe gegen die Amis Und würd sagen Wenn es euch gefallen hat Schaltet dann auch dann wieder ein Zu Let's play Fronschweine Bis dahin Ciao